Nummer 5. Huawei Hotspot 2.0 hat ein revolutionäres, ultraflaches Design. Bequem zum Mitnehmen. Das Gerät bietet ein Highspeed-Browsing-Erlebnis. Mit nur einer Taste können Sie ein mobiles WiFi-Netzwerk aufbauen und bis zu 8 Geräte gleichzeitig mit einer beliebigen SIM-Karte verbinden. Sie können bis zu 5 Stunden im Internet surfen und haben den Hotspot mit einer Stand-by-Zeit von bis zu 280 Stunden immer zur Hand. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Das Huawei Mobile WiFi 3S ist eine Lösung im Taschenformat, mit der Sie auf Ihren Reisen WiFi dabei haben. Dieses Gerät kann in allen Netzen verwendet werden. Legen Sie einfach Ihre SIM-Karte ein. Download-Geschwindigkeit in 4G, WiFi-Netzwerk im Hotspot-Modus mit der Möglichkeit, bis zu 16 Geräte wie Smartphones, Laptops, Tablet, Spielkonsolen und mehr zu verbinden. 6 Stunden Akkulaufzeit. Verbinden Sie ein beliebiges Gerät mit einem Tastendruck. Großes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 3. Dieses Gerät ist dünn und leicht und wiegt nur 82 Gramm. Ideal für Reisen. Der Akku hat eine Betriebsdauer von 6 Stunden. Es ermöglicht eine WiFi-Verbindung für bis zu 10 Personen. Eine Berührung genügt und Sie können überall surfen. Ausgezeichneter Artikel, erhältlich in schwarz. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Das Huawei 2 Plus bietet eine schnelle WiFi-Verbindung und ist sowohl für unterwegs als auch für den Alltag optimal geeignet. Empfangen Sie Ihre SMS und halten Sie Ihren Datenverkehr unter Kontrolle mit Ihrem Huawei 2 Plus mobile WiFi für ein reibungsloses Surferlebnis. Ausgestattet mit einem wiederaufladbaren Akku mit einer Laufzeit von 12 Stunden. Der Hochgeschwindigkeits-Hotspot unterstützt bis zu 16 gleichzeitig verbundene Geräte. Darunter Laptops, Tablet, Smartphones und Spielkonsolen. Das Gerät ist für die Verwendung mit allen Netzen freigegeben. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Deutlich höhere Geschwindigkeit. Das Gerät wird als ein Gigabits. Unterstützt von zwei externen Antennen, zwei LAN-Ports, die als WLAN-Verbindung genutzt werden können, so dass Sie nicht auf das integrierte WiFi-Modem des Routers angewiesen sind. Unterer Micro-SIM-Kartensteckplatz. Ausgezeichneter Artikel. Datenübertragungsrate 150 Megabits pro Sekunde. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Datenübertragungsrate 40 Megabits. Das Gerät hat sich um die Laptop zu sehen. Das Gerät hat sich um die Laptop zu sehen. Das Gerät kann man aus und daern wie die Laptop zu sehen. Der Herz ist vor allem nicht auf den Weg in dem Weg in der Beschreibung. Und das Gerät hat sich um die Laptop cellen zu einfachen.